So, herzlich willkommen zum neuen Video, schön, dass ihr wieder dabei seid, Modul Enterprise Transformation. Wir haben den Begriff der Digitalisierung bereits geklärt, trotzdem nochmal eine Wiederholung, und zwar Digitalisierung beschreibt einerseits die Überführung analoger, also nicht digital vorhandener Daten. Wir schreiben auf Überführung, also nicht digital vorhandener Daten, und andererseits die Erfindung oder Anpassung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen. Packt euch eine Definition auf die Karteikarte und lernt das Entsprechende für die Klausur Hausarbeit und Co. So, heute möchte ich mit euch Phänomene der Digitalisierung besprechen, und zwar haben wir fünf Pakete, die wir von differenzieren. Ich schreibe erst mal fünf Stichworte hin, und zwar zum einen wollen wir etwas zur Kommunikation sagen. Kommunikation. Und dann einmal zur Globalisierung. Globalisierung. Ja, Digitalisierung, Globalisierung ist schwer voneinander zu trennen, dementsprechend taucht dann hier auch die Globalisierung auf. Dann haben wir einmal Social Media oder soziale Netzwerke. Social Media, E-Commerce, E-Commerce, und die Akzeptanz. Akzeptanz. Ja, und dann hangelt man sich an diesen fünf Stichworten ran und schreibt folgendes dazu, und zwar Kommunikation, steigende Machine-to-Machine-Kommunikation aufgrund der Digitalisierung. Also das ist ein Phänomen der Digitalisierung. Steigende, steigende Machine, Machine. Das kann man jetzt auch abkürzen. Ich schreibe das jetzt einmal aus hier. Machine-to-Machine-Kommunikation. Achtet darauf, ob ihr das stichpunktartig angeben dürft oder ob das in einen Satz gepackt werden soll. Dann schreibt das natürlich in einen Satz. So, ansonsten gibt es Punktabzüge. So, weiter und zwar mit der Globalisierung steigende Datenströme bzw. erhöhte Bandbreite und Vernetzung von Ländern. Also, ich schreibe das mal so, wie es im Skript stand, und zwar steigende Datenströme. Datenströme. Ihr könnt ja auch Bandbreite schreiben. Datenströme und Vernetzung. Klar, damit die Bandbreite auch genutzt wird bzw. der Bedarf auch da ist, muss natürlich jedes Land mit einem anderen Land entsprechend auch wieder vernetzt sein. Also, ansonsten habe ich auf bestimmte Seiten einfach keinen Zugriff auf bestimmte Datenvernetzung von Ländern. So, dann geht es weiter mit Social Media wie Facebook, Twitter und Co. Und zwar steigende Nutzerzahlen in den sozialen Netzwerken, auch ein Phänomen der Digitalisierung. Steigende Nutzerzahlen, Nutzerzahlen in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken. Man kann sich eigentlich ohne diese Netzwerke nicht mehr so das Internet vorstellen. Facebook, früher war es SchülerVZ, Twitter, Instagram, WhatsApp, das sind alles soziale Netzwerke, soziale Medien, die wir nutzen. Und entsprechend sind dann hier auch die Nutzerzahlen gestiegen. So, und die steigen auch immer weiter. TikTok auch so eine Plattform, die neuerdings sehr stark genutzt wird. E-Commerce. Ja, und zwar mit E-Commerce ist der Online-Handel gemeint, der Handel übers Internet oder Internet-Handel. Hier steigende Business-to-Customer-Shopper. Also Business, die Unternehmen, Customer, die Kunden. Steigende, steigende Business. Auch hier schreibe ich das mal aus. Hier kann man natürlich auch B2C, C2B, B2B schreiben. Ich schreibe das aber jetzt hier aus. Und zwar Business-to-Customer, Customer-Shopper oder Käufer, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich schreibe es jetzt so wieder wie im Skript. Und zwar Shopper im Internet-Online-Handel. Ja, hier kann man dann variieren. Schreibt das wieder am besten in einem Satz. So, und zuletzt die Akzeptanz. Damit meine ich eben schneller steigende Nutzerzahlen für neue Technologien. Also ich bin als Nutzer viel offener für neue Technologien. Nehmen wir an, es kommt ein neues soziales Netzwerk mit überragenden Eigenschaften, die wir noch nie gesehen haben. Und ich als Nutzer bin offen und möchte das gerne ausprobieren, ob das was für mich ist. So, ich mache mir jetzt nicht Monate, Jahre lang Gedanken und schaue, ist das was für mich? Ja, nein, nee, wir sind da einfach offener gegenüber neuen Technologien. Also schreiben wir es einmal hin. Und zwar schneller steigende Nutzerzahlen für neue Technologien. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Und zwar, als damals die ersten Fernsehgeräte auf den Markt kamen, die waren relativ im hochpreisigen Segment angesiedelt. Dementsprechend nicht jede Haushalt verfügte über so ein Gerät. Und es hat wirklich Jahre gedauert, über Jahrzehnte, bis in jedem Haushalt so ein Fernsehgerät stand. So, dann kam irgendwann mal die Computer, auch da hat das wieder Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gedauert, bis jeder Haushalt mal irgendwie so ein Computer zu Hause stehen hat. Heute hat ja nicht mal jeder mehr ein Computer zu Hause stehen. Heute kann ich alles mit dem Smartphone machen. Stichwort Smartphone. Da ging das relativ flott. Seit 2010, 2011 sind die Smartphone-User rasant angestiegen. Also das hat ein Jahrzehnt gedauert. In fast jedem Haushalt befindet sich aktuell ein Smartphone. So, ja, das sollte es auch schon gewesen sein. Das sind die Phänomene der Digitalisierung, die ich euch einmal näher bringen wollte. Kann man sich auch wieder auf ein Karteikärtchen schreiben und entsprechend lernen. Ja, bis zum nächsten Mal und bye. Ja, bis zum nächsten Mal.